Der heutige Corneo Cup wird sicher in die Geschichte eingehen. Da seid ihr ja. Ich hab euch schon gesucht. Ich soll euch eine Nachricht von Madame M. überbringen. Gut gemacht. Kommt bei Gelegenheit in meinem Salon vorbei, lässt sie ausrichten. Übrigens, hättet ihr Interesse daran, demnächst wieder im Kolosseum zu kämpfen? So große Turniere wie das von heute sind selten, aber kleinere Kämpfe gibt es ständig. Ich glaube, der Champion könnte es sogar mit einem Soldat aufnehmen. Sag's dir doch, ein Soldat wird sich hier nicht blicken lassen. Aber stell dir mal vor, ihr seid der Wahnsinn. Was ist los? Hä? Was ist los? Jawohl. Ach, ihr seid's. Das Kleid habe ich vorbereitet. Aber vorher würde ich kurz noch gern was klären. Hab gehört, dass du dieser Alleskönner bist. In Sektor 5 hast du ja anscheinend schon ganz eindrucksvoll deinen Mann gestanden. Packst wohl gerne fest an. Was? Es heißt nicht umsonst. Ohne Schweiß kein Preis. Eris, je mehr Leuten du hilfst, desto lukrativer wird das für dich werden. Eris werde ich ein Kleid zur Verfügung stellen, das seinesgleichen sucht. Mach dich auf was gefasst. Mach dich auf was gefasst. Aber Zeit ist Geld. Genug geplaudert. Das Kleid ist eine Leihgabe. Damit dürft ihr den Wallmarkt nicht verlassen. Seid ihr soweit? Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Gut Ding will bekanntlich Weile haben. Das gilt beim Ankleiden ganz besonders. Mal sehen. Was machen wir mit dir in der Zwischenzeit? Bis zum Wallmarkt hast du es zwar geschafft, aber so richtig amüsiert hast du dich hier anscheinend noch nicht. Kein Bedarf. Du bist doch sonst auch nicht verlegen, wenn es um Körpereinsatz geht. Wäre doch schade, die Leute auf dem Wallmarkt um die verlässlichen Dienste des Alleskönners zu bringen. Oder etwa nicht? Momentan kann ich dir diese Aufträge vermitteln. Ich hab dir dein Händchen so schön massiert. Jetzt kannst du ganz doll anpacken, bis du Schwielen dran hast. Also dann, folge mir bitte, Eris. Wie das Kleid wohl aussieht? Bin mal gespannt. Mit nem Kleid allein ist es nicht getan. Nein, nein. Dein dilettantisches Make-up und die Frisur werden wir auch einer Frischzellenkur unterziehen. Wow! Gut, Cloud. Bis später. Es wird nicht gespannt. Ja? Ja? Cloud. Willkommen im Fitnessstudio Mann-O-Mann. Ich hab dich schon erwartet. Ich bin Jinan, der Trainer. Tut mir leid, dich gleich damit zu überfallen. Aber würdest du dich mit unseren Mitgliedern messen? Ernsthaft, Chef? Dem halben Hemdchen geht doch sicher sofort die Puste aus. Das sollten wir auf einen Versuch ankommen lassen. Oder, Cloud? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Lust auf einen Wettkampf bekommen? Das Richtige ist, dass du dran bleibst. Ha! Du willst dich mit einem Muskelpaket wie mir anlegen? Bist du dir wirklich sicher? Das wirst du bereuen, du Hungerhaken! Schluss mit dem Geschwätz. Der Wettkampf wird mit Kniebeugen entschieden. So ist das hier Brauch. Also, auf Los geht's los! Ich lass dich auf keinen Fall gewinnen. Form vollendet. Mehr wirst du nicht drauf. Das sieht gut aus. Jetzt nicht schlappen. Vergiss das Atmen nicht. Weiter so. Traumhaft. Das sieht gut aus. Form vollendet. Weiter so. Traumhaft. Das sieht gut aus. Jetzt nicht schlappen. Form vollendet. Weiter so. Das sieht gut aus. Das ist eine große Sache. Das ist eine große Sache. Verliert. Verliert. Bei Muskeln geht es nicht um Masse, sondern klasse, mein Freund. Man darf Gegner nicht nur nach ihrem Äußeren beurteilen. Hochmut kommt immer vor dem Fall. Hochmut kommt immer vor dem Fall. Schreibt euch das hinter die Ohren. Danke, dass du mir bei dieser Lektion geholfen hast, Cloud. Und entschuldige die Umstände. Cloud, wir sind hier eine große Familie. Und du bist nun ein Teil davon. Schau jederzeit rein, wenn dir nach Pumpen zumute ist. Gemeinsam werden wir dich richtig in Form bringen. Ja! Glaub mir, ich habe noch nie ein Training beräumt. Du willst ein Duell? Alles klar, dann lass uns loslegen. Bist du bereit für unser Duell? Das sieht gut aus. Jetzt nicht schlau machen. Form vollendet. Weiter. Ja, jetzt los. Nochmal. Traum. Das sieht gut aus. Jetzt nicht schlau machen. Form vollendet. Weiter. Ihr macht das beide super. Traum. Das sieht gut aus. Jetzt nicht schlau machen. Weiter. Los. Jetzt kommt's drauf an. Das sieht gut aus. Form vollendet. Jetzt nicht schlau machen. Was los? Jetzt kommt's drauf an. Das sieht gut aus. Traum. Und Form vollendet. Vollendet. Weiter so. Was? Ihr schafft das. Jetzt nicht schlau machen. Weiter so. Und Traum. Ja. Voll los. Jetzt kommt's drauf an. Das sieht gut aus. Jetzt nicht schlau machen. Ja. War das alles? Das darf doch nicht wahr sein. Du hast mich besiegt. Du bist unglaublich gut in Form. Dass immer nur ihr den Spaß habt, ist nicht fair. Traust du dir eine Runde gegen mich zu, Cloud? Das bringt die Runde gegen mich zu, Cloud? Das macht's gut. Ja. 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 Muskeln sind wunderschön. Was für wunderschöne Muskeln. Ein Wettkampf auf allerhöchsten. Das ist deine Chance. Komm schon, Chef. Wie all diese Muskeln perfekt haben. Ich bin beeindruckt. Wer wird wohl gewinnen? Einfach perfekt. Was für wunderschön. Ich kann die Muskeln förmlich jubeln. Was für wunderschön. Ich bin beeindruckt. Wir lieben dich, Chef. Ein Wettkampf auf allerhöchsten. Komm schon, Chef. Einfach perfekt. Das ist deine Chance. Was für wunderschön. Ich bin beeindruckt. Muskeln sind wunderschön. Wie all diese Muskeln. Was für wunderschön. Was für wunderschön. Ich bin beeindruckt. Wir lieben dich, Chef. Komm schon, Chef. Einfach perfekt. Wie all diese Muskeln. Was für wunderschön. Ich kann die Muskeln förmlich jubeln. Komm schon, Chef. Ein Wettkampf auf allerhöchstem Niveau. Na dann. Ich hatte ja keine Ahnung, wie stark du wirklich bist. Du hast es echt drauf. Alle mal hergehört. Es ist noch Spielraum nach oben, Leute. Also, ran an die Hanteln. Geht klar, Chef. Na, was meinst du? Sieht schon richtig gut aus, oder? Alter, hart wie Stahl. Das ist sie. Die legendäre Muskelschmiede. Mann, oh Mann. Chocobo-Popcorn. Holt euch euer Popcorn in Chocobo. Hör auf damit. Wir sind doch jetzt. Oh, dieser Söldner, von dem alle schwärmen, bist du? Du kommst gerade wie gerufen. Irgendwelche dreckigen Mistkerle haben eine Lieferung Güter für den Helmchenhof in den Slums von Sektor 5 gestohlen. Das war der berüchtigte Meisterdieb, der Racheengel des Slums von Sektor 5. Dass der Racheengel nur von den Reichen nimmt, war nichts als Strategie, um mit den Diebstählen durchzukommen. Er hat sogar eine Nachricht hinterlassen. Danke für die Waren. MFG, Racheengel des Slums. Klar doch, der Racheengel? Der Racheengel wird wohl noch seinen eigenen Namen schreiben können. Kapiert? Ich hab doch gesagt. Ich hab gesehen, wie hier drei komische Gestalten äußerst verdächtig durch die Gegend geschlichen sind. Wenn du dir so sicher bist, dann bring die drei her. Beweis mir, dass der Racheengel des Slums nichts damit zu tun hat. Kann ich auf dich zählen? Ich brauch deine Hilfe. Wir müssen die Unschuld des Racheengels beweisen. Der Racheengel nimmt nämlich nur von den Reichen. Er würde nie die Armen bestehlen. Finde dieses Verbrecher-Trio und bring es her. Ich hab gesehen, wie die drei zu eingestürzten Schnellstraße am Immergrünpark geflohen sind. Ich hab gesehen, wie die drei zu eingestürzten Schnellstraße ist. Ich hab gesehen, wie die drei zu eingestürzten Schnellstraße ist. Dann haben wir hier voll drauf. Ha, Seeckball! Ha, was macht der denn hier? Ich stell mich einfach dort. Tut's denn! Du Idiot! Dafür ist es zu spät! Bist du hier, um dir noch eine Trackprügel abzuholen? Komm raus! Gibt Arbeit, Kleiner! Das ist unser neuer Bodyguard. Den Kleinen haben wir im Kolosseum aufgegabelt. Jetzt zahlen wir dir jeden blauen Fleck doppelt und dreifach zurück. Doppelt und dreifach? Aber ich bin doch so schlecht im Rechnen. Was? Ach, vergiss es. Schlag einfach immer Teste zu, Mann. Los geht's. Ausgezeichnet. Ich bin bereit. Neuer Versuch. Volle Kraft. Mein Einsatz. Das wird so nichts. Feuer frei. Brenne. Ihr kommt jetzt mit. Die drei stecken hinter dem Racheengel? Oh Mann, ist das ein Dummkopf. Wir sind Racheengel, nicht Racheengel. Halt's Maul, du Idiot! Sieh dir die Kerle doch an. Denkst du echt, die könnten hinter den Cous des schönen und intelligenten Racheengels stecken? Ähm, nein. Das sind drei Kleinkriminelle, die sich hier in der Gegend eingenistet haben. Tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Besser spät als nie. Und jetzt sorg dafür, dass diese Deppen ihre gerechte Strafe bekommen. Jawohl. Na los, kommt mit. Hey, nicht so ruppig. Bisschen Respekt, wenn ich bitten darf. Ja genau, Res. Respekt? Und was ist mit den Gütern? Wenn du willst, helfe ich dir beim Tragen. Nicht nötig. Das schaffe ich alleine. Ich kenne den Weg im Schlaf. Mach dir keine Sorgen. D-, der Racheengel hat zugeschlagen. Mir wurde eine Lieferung für Duncomneo gestohlen. Ich verabschiede mich dann mal. Ohne dich hätte der Racheengel alt ausgesehen. Danke. Mit bestem Dank, der schöne und edle Racheengel der Slums. Hab mich wohl ungewollt zum Komplizen gemacht. Das wäre erledigt. Ich sollte langsam zurück. Hey, hey, Champion! Madame M lässt dir ausrichten, dass Eris noch eine ganze Weile brauchen wird, um sich umzuziehen. Dürfte ich dich in der Zwischenzeit vielleicht um einen klitzekleinen Gefallen bitten? Ob du's glaubst oder nicht, das Kolosseum läuft fast über vor Leuten, die dich nochmal kämpfen sehen wollen. Was sagst du, Champ? Wir können deine Fans doch nicht enttäuschen, oder? Also, ich erwarte dich im Kolosseum. Jawohl. Oh Mann, hier ist auch ein bisschen lichter. Jetzt war's ja. Rot? Hey, Champion! Nimm den Fahrstuhl, um zur Arena zu kommen. Freu mich schon auf das Match! Rache! Shoulders? Schöne! Nimm den Kfarer! Rache! Schöne! Schöne! Der Kfarer. Das war's. Da ist er ja, unser Champion! Ist Proppen voll da drin? Heiz ihn richtig ein, wir zählen auf dich! Werte Zuschauer, und nun der Kampf, auf den Sie alle gewartet haben! Champ Cloud gegen Sams Kampfroboter! Neuer Kampf, neues Glück! Ist die Klinge unseres Champions immer noch so scharf wie früher? Und los! Verzieh dich! Ziemlich schwach! Volle Konzentration! Verschwende! Was? Feuer! Mein Einsatz! Ich bin bereit! Verdammt! Tee! Für! Ausgezeichnet! Volle Konzentration! Das ist sie, die Kraft unseres Champions! Der Sieger ist unser Champion Cloud! Sam's Kampfroboter zerschlagen, zerstört und reif für den Schrott! Gut gemacht, mein Junge! Dein Anteil, den hast du dir verdient! Madame M? Wo ist Aeris? Sie macht sich immer noch die Haare! Da dachte ich mir, dass ich noch Zeit für ein kleines Kämpfchen habe! Ich liebe es, zuzusehen, wie Sams Spielzeuge kaputt gemacht werden! Davon krieg ich einfach nicht genug! Bin nicht überrascht! Deine Hände sind so stark geworden! Mit so starken Händen kannst du der ein oder anderen Holden-Dame sicher ein guter Beschützer sein! Das war ich doch immer schon! Eris dürfte langsam auch soweit sein! Ich werde mich schon mal zurückziehen und im Geschäft warten! Komm, wenn du fertig bist! Was denn? Ausgezeichnet! Da bist du ja! Hier, such dir einen Gegner aus! Oh, okay! You're right. You're right! Yeah! Fire! Los geht's! Mission Kinder! Na dann! Mein Einsatz! Verlecke! Neuer Versuch! Was? Das war's dann! Und Schiss! Es wird heiß! Der Feind ist geschwächtet! Volle konzentrieren! Genug! Brenne! Keinen Kopf! Verschwende! Bis hier und nicht wache! Es ist aus! Keine große Sache! Das wird so nicht! Nimm das! Verzieh dich! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Genau so! Haa! Eja! Heeh... Brenne! Los geht's! Feuer frei! Jetzt oder nie! Volle Kast! Es ist vorbei! Komm gerne wieder vorbei!